Hi, bei YouTube. Vielleicht letzte Folge. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind, ne? Es ist, kann, alles ist möglich. Ich weiß nicht. Ein Monster. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ein Soldat. Eine von deinen Orten sind vom Präsidenten. Dann bin ich auf deiner Seite. Hm. Let's go. Oh, der Dylan. You son of a bitch. You sure went all out on security. Maybe he doesn't like door to door salesmen. Welcome home on my hand. End to my way of friends. Please. Ascend my sincere gratitude for returning my daughter. Now bring my weapon to me. And kill the Americans. There's so many. Get ready. Zack. Zack. Oh. So this is Javier's army, huh? The sacred slaves. What is he doing? Strap of grenades. Let's use them to our advantage. Ah, kotze aufhalten, macht keinen Spaß. Alter, die können die fucking aufhören. Ich liebe grad nicht so ganz was hier passiert. Ich werde sie noch direkt benutzen, ich freu mich. Hm, hm, hm. Ich werde mal duschen. Viel Glück auf jeden Fall. Auch nicht was, was man häufig, ähm, ich wünsche niemandem, wenn er duschen geht, aber viel Glück. Viel Erfolg. Der hat mich einfach, der, 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 der mir nur Kopfnuss gegeben. Quasi so in mich reingerempelt. So, bevor das sie auch leicht spielen, ne? Ich würde wieder richtig absetzen hier. Das war voll... Habt ihr das gesehen, wie der aussah? Der hatte so einen roten Mantel an und so lange Haare. Wie die ganz schön hell waren. Der sollte ja wie... Sollte der so aussehen wie Dante? Ich meine, das wird passen. Also, das ist ja auch ein Capcom-Spiel. Vielleicht war das gar ne Anspielungen oder so. Aber... Ein bisschen aus wie Dante. Komm, wie der denn in den Kreis hier ist. Da ist schon wieder... Na gut, der hat aber dunkle Haare gehabt. Undurchdringbare... Stau. Wir haben leider alle so ne Wunderschweinchen auf, ey. Mann, Mann, Mann. Lad nachdusch! L... Labina. M-m-m. 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 Granaten ohne Werfer? Ja, aber Werfer ist doch auch schick. Das wäre ein bisschen Verschwendung, ja? Das wäre ein bisschen Verschwendung, ja? Guten Job, Kind. Lass uns gehen. Was denn? Du bist schon krank. Warum würde er... Lass uns gehen. Wir müssen diesen Mann finden. Wo gehen wir? Ich glaube, Z gespampt ist, was passiert ist. Hm. Ich will nicht mal alles mitnehmen da. Na jetzt habe ich Granatenwerfer mitgenommen, Munition, das wäre direkt mal das Wichtigste, ja. Goddammit. Ah, fast ein Leon-Sandwich. Oha, wo sind wir jetzt? Ha ha! Wer sind diese Leute? Sie waren meine Doktor. Es ist meine Schuld. Ich habe sie mir erzählt, wie sie meine Krankheit kümmern. Und dann mein Vater... Ich habe nach meiner Heilung gefragt. Was war das? Und dann geht's doch weiter! Watch out! ...harrrrr... ...so komischen Kränen... ...siecher hier, warum das sein soll, hier? ...Echsen. ...Echsen-Fledermaus-Menschen. Nee, Alter. ...bleib mir vom Leib. There is one... ...Pleise, I can look... ...somewhere I was never allowed to go. die Pflanze Nein! Komm schon! Leon, schau! Das ist die Vorbewegung von Umbrella. Scheiße! Wir brauchen eine Frage. Aber es ist kein guter für uns jetzt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hoch. Jetzt ist gerade ein bisschen langweilig. Mach mal was. Ich weiß nicht, wo das Set war. Da. Bogen kann. Hm, hi. Was kannst du gerne machen? Hm? Kriegen wir jetzt nicht so viel. Ich würde gerne ausziehen. Es ist so scheiße warm. Ich bin ja nicht mehr. Excuse me. Geil verschwitzt war ich auch heute Morgen. Na, im Sport. Es war heute irgendwie unnormal anstrengend. Anstrengender als sonst. Aber alles danach war dann nicht mehr so angenehm. Wir sind ja怕. Oh. Wir sind ja dann. Oh. Wundern. Ich bin ja bei ... Ich erinnere mich über diese Leute. Ja, komm. ich muss ein turbo freut hier ach schön einmal das durchladen würde ok was ist gerade los ich schlafe gleich ein nein nein hallo ganzer hmm 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 what is this place well it sure ain't the guest room so nämlich easy what what for a move ich weiß gar nicht wo man anfangen soll ich hab mein muni ok noch einer ja sogar zwei komm noch mal ich kann mir nicht mehr haben da kann man ja so wie ist hier was ist da drin ich habe einen schlechten schmerzen was ist wie ist das so wie ist das wie ist das so wie ist das ist das gerät die das wie ist das die Manuela! Her organs muss be transplanted regularly. Was are you talking about? It helps with the pain keeping the virus at bay. But that's only for the first 15 years. If you had just let me die, none of this would have ever happened. No. I couldn't just watch you die. In nature, the predators who prey on others only grow stronger and thrive. You crazy, selfish old fool! Considering you brought my daughter back, I will grant you that's meaning. Okay... Oh! I didn't want to shoot. I didn't want to shoot this thing back in the village. Don't come out! Stay in there! How are we supposed to kill him now? So... So... Mach ich Damage. ... 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